Gaming-Grafikkarten müssen gar nicht zwangsläufig teuer sein. Die günstigsten Modelle auf dem Neumarkt starten schon ab ca. 180 Euro, wie zum Beispiel die GTX 1650 von Nvidia, die AMD Radeon RX 6500 XT und seit neuestem auch die ARC A380 von Intel. Sind das nicht die perfekten Grafikkarten für alle preis-leistungsorientierten Einsteiger-Gaming-Systeme? Das wollen wir in dem heutigen Video gemeinsam herausfinden und dafür diese drei Konkurrenten gegeneinander antreten lassen, eins vorweg, es gibt gute Gründe, lieber komplett die Finger von solchen Low-Budget-Grafikkarten zu lassen. Welche das genau sind und wo die jeweiligen Stärken und Schwächen der einzelnen Grafikkarten liegen, das alles und noch vieles mehr erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Viel Spaß! Wer sich für roundabout 200 Euro eine neue Grafikkarte zulegt, sollte natürlich nicht allzu hohe Erwartungen haben und seine Messlatte dementsprechend niedrig ansetzen. Denn selbstverständlich muss man im Low-End-Bereich einige Kompromisse eingehen, sowohl in Bezug auf die reine Gaming-Performance als auch in Bezug auf sonstige GPU-Features und Funktionen. Trotzdem finde ich es mal sehr interessant herauszufinden, welcher der drei Hersteller für diesen günstigen Preis aktuell das beste Gesamtpaket liefert und ob sich nicht doch viel mehr ein Blick auf den Gebrauchtmarkt lohnt. Dafür werden wir uns zunächst alle drei Modelle in Kurzform genauer anschauen und uns anschließend den gemessenen Benchmarkwerten mit allen daraus resultierenden Vor- und Nachteilen widmen. An der Stelle möchte ich mich noch kurz bei meinem PC-Shop-Partner Crotus Computer bedanken, denn die haben mir für diesen Test freundlicherweise die GTX 1650 zur Verfügung gestellt. Solltet ihr derzeit auf der Suche nach einem guten Gaming-PC sein, schaut dort unbedingt mal vorbei und an der Stelle würde ich sagen, werfen wir als erstes mal einen kurzen Blick auf den heutigen Nvidia-Ableger, aka die GTX 1650. Dieses Turing-Modell aus dem Jahre 2019 startet momentan ab ca. 180 Euro, ist allerdings in der heute vorgestellten MSI Gaming X-Variante aktuell nirgendwo erhältlich. Unter der Haube schlummert eine 12nm TU117 GPU mit putzigen 896 Shader-Einheiten. Dieser Chip taktet standardmäßig mit 1485 MHz und erreicht im Turbo-Takt bis zu 1860 MHz. Hierfür gibt MSI eine TDP von 85 Watt an und stattet die GTX 1650 mit einer 6-poligen PCI-Express-Strombuchse aus. Als dedizierter Grafikspeicher kommen 4 GB GDDR5 zum Einsatz, welcher mittels 128-Bit-Breit im Speicherinterface angebunden wird und somit Transferraten von bis zu 128 GB pro Sekunde erreicht. Wie sich unschwer vermuten lässt und wie wir gleich im Praxisteil auch feststellen werden, sind 4 GB VRAM heutzutage natürlich nicht mehr die Welt und leider müsst ihr bei der GTX 1650 auch auf sämtliche RTX-Features, insbesondere auf DLSS als leistungsstarke Upscaling-Methode verzichten. Gerade ein solches Feature ist bei Leistungsschwächeren Grafikkarten echt Gold wert und dient prima als FPS-Booster, doch da bleibt euch bei der GTX 1650 nur die Wahl zum softwarebasierten und bei weitem nicht so performanten NIS, also Nvidia Image Scaling. Die Anbindung am Mainboard wiederum erfolgt ganz klassisch via 16 PCI-Express 3.0 Lanes, was diesem Testkandidat zumindest im Vergleich zur RX 6500 XT einen klaren Pluspunkt verschafft. Dieses AMD-Modell aus Januar 2022 wird nämlich nur mit 4 PCI-Express Lanes angebunden, der wohl größte Kritikpunkt dieser Grafikkarte. Zwar unterstützt die RX 6500 XT dafür PCI-Express der 4. Generation, doch für ältere Intel- und AMD-Systeme auf Basis von PCI-Express 3.0 wird dieser Faktor schnell zum Flaschenhals. Wer also seinem alten Office- bzw. Multimedia-PC einfach mal einen Gaming-Boost verpassen möchte, büßt nicht selten 20-30% Gaming-Performance ein, im Vergleich zu einem PC-System mit PCI-Express 4.0. Abgesehen davon kommt die RX 6500 XT hier im Arthrock Phantom Gaming OC Custom Design mit einer Navi 24 GPU daher, die wiederum über 1024 Streaming-Prozessoren verfügt. Der Chip taktet dabei standardmäßig mit 2365 MHz und geboostet sogar mit bis zu 2820 MHz. Die TDP liegt laut AMD bei 107 Watt und als Grafikspeicher kommen erneut 4 GB, diesmal aber in Form von GDDR6 VRAM zum Einsatz. Leider wieder einmal alles andere als zukunftssicher und genau an der Stelle kommt Testkandidat Nummer 3 ins Spiel. Denn die Intel Arc A380 ist nämlich mit 6 anstelle von 4 GB GDDR6 Videospeicher ausgestattet, was sie im Vergleich zu den beiden Konkurrenten deutlich abhebt. Bislang ist die Arc A380 auf dem deutschen Markt nur als Arthrock Challenger ITX-Modell für knapp 200 Euro erhältlich, welche sich euch bereits in einem separaten Review ausführlich vorgestellt habe. Einen Link hierzu findet ihr hier oben rechts in der Infocard, aber auch am Ende des Videos in der Endcard verlinkt. Der bislang kleinste Arc Alchemist Ableger, mit dem Intel ab sofort in den Desktop-Grafikkartenmarkt einsteigen möchte, verfügt dabei über den voll ausgebauten ACM-G11-Chip. Dieser umfasst 1024 Shade-Einheiten und taktet mit bis zu 2250 MHz im Boost Clock bei einer angegebenen TDP von 75 Watt. Da es sich bei der Arc A380 bzw. den Arc-Modellen im Allgemeinen um Intels erste Desktop-Generation handelt, kommt es hierbei teilweise noch zu Treiber- bzw. Performance-Problemen, je nach Spiel und je nach Anwendung unterschiedlich. Dafür punktet die Arc A380 mit den sogenannten XMX-Engines für die vielversprechende KI- bzw. Upscaling-Technologie namens XISS. Gerade für schwächere Grafikkarten ist das ein tolles Feature und dennoch würde ich die Arc A380 nicht zum Aufrüsten verwenden, denn damit die Grafikkarte auch wirklich ihr volles Potenzial entfalten kann, benötigt ihr ein PC-System mit Resizable-Bar-Unterstützung. Diese PCI-Express-Technologie ist erst ab Ryzen 3000 zusammen mit einer entsprechenden B- bzw. X500er-Platine oder aber ab der 10. Inter-Generation verfügbar. Unter Verwendung von älteren Plattformen ohne Resizable-Bar müsst ihr mit einem teils deutlichen Bottleneck rechnen. Jetzt wo wir unsere drei Testkandidaten kennengelernt haben, geht es nun endlich ans Eingemachte bzw. an viele verschiedene Benchmark-Werte. Als Test-CPU kommt heute wieder einmal der AMD Ryzen 7 5800X auf einem Gigabyte B550 Aorus Master Motherboard zum Einsatz, einfach um jeglichen CPU-Bottleneck auszuschließen. Beim Arbeitsspeicher wiederum fiel meine Wahl auf 16 Gigabyte in Form von zwei Corsa Vengeance LPX 3000 MHz Modulen, natürlich mit aktiviertem XMP-Profil. Die Grafiktreiber sowie Windows 10 sind jeweils auf dem neuesten Stand und Resizable-Bar ist aktiviert, wobei die GTX 1650 heute als einziges Modell dieses Feature nicht unterstützt, also keinen Mehrwert daraus zieht. Um die Grafikleistung der drei GPU-Modelle zunächst erstmal grob einordnen zu können, starten wir mit drei synthetischen 3D-Mark-Messungen, dem 3D-Mark Timespy, Firestrike und Port Royal Parcours. Die Balken sind dabei jeweils in der passenden Unternehmensfarbe, also grün für Nvidia, rot für AMD und blau für Intel dargestellt und zeigen den jeweiligen Graphics-Score, der uns im Rahmen dieses Grafikkartenvergleichs am meisten interessiert. Im 3D-Mark Timespy konnte sich AMD mit 4890 Punkten den ersten Platz sichern und ist somit roundabout 12% schneller als die blaue Konkurrenz mit 4373 Punkten. Der kleinste der drei Chips von Nvidia belegt wie zu erwarten war Platz 3 mit einem Graphics-Score von 3549 Punkten. Im anschließenden 3D-Mark Firestrike-Benchmark bleibt zwar die Platzierung der drei Grafikkarten-Modelle weiterhin unverändert, dafür vergrößert sich allerdings der Punkteabstand. Die klare Nummer 1 belegt wieder einmal die Radeon RX 6500 XT mit 15930 Punkten und einem Vorsprung von knapp 42% zur ARC A380 mit 11223 Grafikpunkten. Nochmals gut 16% langsamer ist der heutige Nvidia-Kandidat mit ca. 9500 Punkten. Im dritten und letzten synthetischen Benchmark-Parcours Port Royal, der die Raytracing-Performance einer Grafikkarte misst, fällt die GTX 1650 leider aus dem Raster, da sie als Turing-Modell nicht über die notwendigen Raytracing- bzw. Tensor-Kerne verfügt. Aber auch die anderen beiden Grafikkarten erzielen hierbei keinesfalls überragende Ergebnisse. Vor allem die RX 6500 XT ist mit gerade einmal 473 Punkten quasi überhaupt nicht Raytracing-tauglich, wohingegen die ARC A380 immerhin knapp 1500 Punkte einholte und in Sachen Raytracing-Performance somit mehr als doppelt so gut abschneidet wie seine Konkurrenz. Deutlich spannender und vor allem auch praxisnäher sind diese Benchmark-Ergebnisse und zwar aus meinem klassischen Gaming-Benchmark-Parcours. Alle drei Grafikkarten habe ich hierbei in sechs unterschiedlichen Spieletiteln plus Cyberpunk mit aktiviertem Raytracing gegeneinander antreten lassen und die durchschnittlichen FPS-Werte in Form dieses Balken-Diagramms zusammengefasst. Bei der Auflösung setze ich selbstverständlich auf Full HD, die Ingame-Settings habe ich überall auf Mittel gestellt und für die optimale Vergleichbarkeit wurden all diese Spiele mit der integrierten Benchmark-Szene getestet, abgesehen von Valorant. CSGO läuft auf allen drei Grafikkarten ungefähr gleich schnell mit über 200 FPS im Schnitt, bei maximal 2,5 GB Videospeicherauslastung. Noch besser sieht es sogar im E-Sport-Titel Valorant aus, denn dort erreicht das Nvidia-Modell sage und schreibe 576 Average FPS, gefolgt von der RX 6500 XT mit 440 und der ARC A380 mit 331 FPS. Mangels integriertem Benchmark-Parcours ist es allerdings auch ziemlich schwer, valide, vergleichbare FPS-Werte zu messen, denn solche Multiplayer-Games haben nun mal einen ziemlich hohen Chaos-Faktor. Dennoch lässt sich kurz zusammengefasst festhalten, sowohl CSGO als auch Valorant laufen auf allen drei Grafikkarten super flüssig. Auch die Messungen in GTA 5 sind mit 120, 130 und 172 durchschnittlichen Bildern pro Sekunde ziemlich vielversprechend und dennoch solltet ihr euch nicht von dem guten AMD-Ergebnis täuschen lassen, denn auch wenn die RX 6500 XT die höchste durchschnittliche Framerate erzielte, hatte sie mit enorm schwankenden Frametimes und somit mit vielen spürbaren Rucklern zu kämpfen. Der subjektive Eindruck bei dem Intel- bzw. Nvidia-Pendant war dahingehend deutlich stabiler und flüssiger. In Assassin's Creed Valhalla wiederum begegnen sich alle drei Grafikkarten-Modelle ungefähr auf Augenhöhe mit knapp über 50 FPS, vor allem aber mit einem randgefüllten Videospeicher. Forza Horizon 5 meistern alle drei Kandidaten mit durchschnittlich über 60 FPS und sogar bis zu 94 Bildern pro Sekunde bei der RX 6500 XT. Doch auch hierbei gilt das gleiche wie in GTA 5, AMD hat leider mit spürbar mehr Frametime-Spikes zu kämpfen, weshalb das Zocken auf Nvidia und Intel trotz geringerer Framerate deutlich mehr Spaß macht. Beim Endgegner Cyberpunk belegen Intel und Nvidia mit 34 bzw. 36 durchschnittlichen Bildern pro Sekunde den zweiten und dritten Platz, während sich die RX 6500 XT mit 49 FPS Average wieder einmal Platz 1 sichert. Wie zu erwarten war ein schwaches Ergebnis in diesem doch so anspruchsvollen AAA-Titel, ganz zu schweigen von den FPS-Werten mit aktiviertem Raytracing. Das ist allerdings auch das einzige Szenario, in dem Intel vor AMD landet, wenn auch nur mit 17 zu 15 durchschnittlichen FPS. Die GTX 1650 fehlt natürlich mal wieder in dem Diagramm, mangels Raytracing-Einheiten. Zusammenfassend konnte sich AMD insgesamt viermal den Platz 1 sichern, gefolgt von Nvidia mit zweimal Platz 1 und Intel als Schlusslicht mit einmal Platz 1. Mal ganz zu schweigen von den teilweise echt miserablen Frametimes der AMD-Grafikkarte. In puncto Energieverbrauch kann man keinen der drei GPU-Modelle irgendeinen negativen Vorwurf machen, ganz im Gegenteil. Die Radeon RX 6500 XT verlangte in der Spitze 85 Watt, die GTX 1650 allerhöchstens 63 Watt und die Arc A380 sogar nur maximal 55 Watt. Dementsprechend niedrig fallen auch die Temperaturwerte aus, die sich wohlgemerkt unter Gaming-Last bei allen drei Grafikkarten-Modellen irgendwo zwischen 55 und 65 Grad einpendelten. Doch nun zurück zur Eingangsfrage. Sind das jetzt die perfekten Low-Budget-Grafikkarten für preiswerte Gaming-PCs? Ich würde sagen, nein oder zumindest nur bedingt. Natürlich gibt es auf diese Frage keine eindeutige Antwort und selbstverständlich muss man bei einer 200 Euro Grafikkarte auch Kompromisse eingehen, das ist völlig klar. So ist zum Beispiel der Videospeicher der GTX 1650 und der RX 6500 XT keinesfalls zukunftssicher und läuft in vielen Spieletiteln direkt voll. Bei Intel wiederum gibt es zur Zeit hier und da noch Treiberprobleme und generell eignet sich die Arc A380 ebenso wie die RX 6500 XT weniger für Aufrüster, angesichts der angesprochenen Resizable Bar bzw. PCI-Express-Problematik. So haben eben alle Grafikkarten ihre individuellen Vor- und Nachteile und je nach Spiel lassen sich sogar echt gute Frameraten erzielen. Für genügsame Full-HD-Spieler also durchaus einen Kauf wert, wäre da nicht der Gebrauchtmarkt. Denn auf Ebay, Ebay Kleinanzeigen und Co. bekommt ihr aktuell beispielsweise eine GTX 1070 oder mit etwas Verhandlungsgeschick sogar eine RTX 2060 für den gleichen Preis. Diese beiden Grafikkarten liefern euch durchschnittlich nochmal die doppelte bis zweieinhalbfache Gaming-Leistung im Vergleich zur RX 6500 XT. Zudem müsst ihr mit diesen Modellen weniger Kompromisse eingehen, habt mehr Videospeicher zur Verfügung, keine Probleme wenn ihr euer bestehendes System damit aufrüsten möchtet, bei der RTX 2060 sogar DLSS-Support, keine nennenswerten Treiberprobleme etc. pp. Alles in allem finde ich den Gebrauchtmarkt in diesem Preisbereich momentan deutlich attraktiver. Und an der Stelle würde mich natürlich auch eure Meinung zu dem Thema interessieren. Schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Hier links im Bild findest du jetzt noch das besagte Review zur Intel Arc A380 und wenn du auch zukünftig keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest, würde ich mich an der Stelle sehr über ein kostenloses Abo freuen und gerne auch über einen Daumen nach oben, wenn du mehr solcher Vergleichsvideos sehen möchtest. An der Stelle wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Video, bis dahin, tschau tschau. Bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Video. Vielen Dank.